Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Mal in meiner Folge Minecraft Master Builders. Robots? Oh nee. Nee. Fängt schon gut an. Machen wir einfach irgendwas. Das ist echt schwierig. Hm. Hm. Ein Robot? Oh, das ist echt anders. Das war es bei uns. Ich habe schon was. Ich habe schon was. Ich glaube, das nimmt man an. So, hier. Nee. Einmal. Gut. Dann. Nehmen wir diesen Trichter. Wenn es geht. Ich muss den einfach hier anschmeißen. Das geht. Und dann. Nehmen wir unser Wasser. Und dann. Das war's für heute. Also das ist wirklich schwierig. Ich habe noch nie so etwas Schwieriges hier gehabt. Schild. So. Komm. Wir machen es einfach so. Okay. Meins ist wirklich schlecht. Meins ist wirklich schlecht. Ich kann es ja noch so hier machen. So. Naja. Naja. Okay. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Chicken. Das ist gut. 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 Amazing. Das ist gut. 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 Ah ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ticker, ohne, es geht nach so slim. Hier so, und auch hier mit dem Piso. Hier so, und auch hier mit dem Piso. Ach, ja, jetzt ist es klar. So. 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 Okay, dann machen wir Amazing. Sehr gut. Sehr gut. Sweet Tigger. So, um, naja, it's okay. Oh. Tigger spider. Tigger spider. Tigger spider. Oh shit, jetzt kommt man eins. Oh Wow Okay meine Freunde, in diesem Sinne möchte ich mich aber verabschieden und wenn es euch voll anhat, dann lasse und bringe mal einen Daumen nach unten, ich habe einen ganz netten Skandal, bis bald, tschüss.